Hey, ich bin wieder mit Destiny drin. Mal gucken, was das jetzt gibt. Ich bin der höchstgelevelte aus dem Ganzen. Ihr turn to be. Use it wisely. Wollen wir irgendeine Kombi machen? Können wir gerne machen. Ich wollte aber etwas Chrome spielen. Ah, warte, komm. Kann den Helden zwar nicht so gut aus. Jawohl. Omni-Knight. Omni-Knight. Hä? Jug? Legion ist gut, dann kann er mich im Duell heilen. Das wird interessant. Heal-Bomb im Duell. Superball. Granade. Sorry. Your pick. Send out the Press-Gang. Interessant. Zweimal Shaker. Okay, underlock. Hä? Ne, nicht Anti-Mage. Ne, nicht Anti-Mage. Mensch. Margezoll. Wollen wir nicht heilen? Spectra? Ja. Ja. Haben wir easy gewonnen. Spectra? Spectra habe ich auch. Im Repertoire. Ding in size. Auf jeden Fall. Packen. Oh. Packen. Uff. Ich muss halt nur Farm bekommen. Oh, das wird ücklich. Jo. Pangalier. Warum nicht? Obwohl, ich könnte... Die 100... Das ist gleich mal so verkehrt gewesen. Hm. Die 100 könnte ich schon direkt... Ah. Ah. Ne, zwei Mangos sind gut für die Lebens-Region. Ist die Frage, was sagt der Guide? Oh. Oh. Mal gucken, was das gibt. Radiance, ja. Vanguard auf jeden Fall. Da bin ich ein großer Fan von. Ähm. Einfach nochmal Vanguard zwischengeklatscht. Damit dann irgendwie jeder x-te nicht trifft. Ähm. Ich kann den Held nicht, aber dann so ein Skin dafür haben. Okay. Spectra Dagger. Grrrr. Ja, warum nicht? Boah, ich brauch dringend die Boots. Ich bin so langsam. Dagger hilft zwar, aber... Fragna. Puh, das sieht mir immer wieder gruselig aus, wie mein Kopf da auf dem... ...irgendwie stabilen Körper mehr oder weniger sich noch bewegt. Sieht man das hier auch? Ne? Okay. Pangalier. Hm. Da ist wohl einer ungeduldig. Jazz withdrawal hat... Ah, Fragna Spot über hat, okay. П lace. Aber mach grad, wie war das? I'm Augen aged. Oh, my body. Allez, Lan... da angezeigt wird. Das ist so gut. Wenn wir dann für First Blood gehen sollten. Wenn Blood nicht da ist, ist es eine Möglichkeit. 30 Sekunden zu kämpfen. Pagna, Neter Blast, tut zwar einmal weh, aber... Ich werde vorgehen. Jo. Böder. Was ist der da? Das ist heavy. alle vier sind großer vorteil was 160 ah dang it ich bin ja so arsch langsam ist doch schön dang it dang ich hasse das mit dem wenigen schaden dang it ich hasse das machen wir erstmal so dann kann ich mich normal mit der salve noch retten nein ah dang it es geht mir doch nicht lockt er mich auch noch ich finde das schild so praktisch das ist schlecht ich meine das geht wenn du rein blinkst mit bleib mail und du selbst schon stark bist aber da haben sie ab von linkberger auf er hat wahrscheinlich auch nicht nö er hat nichts glaub ich oha verloren und alle raus jungen junge das ist ja mal was mir die lust auch auf das vergangen alles klar leuchtet gibt es gibt es hier hier gibt es nicht tschau auch liquid spielt da kann ich ja mal kurz reingucken liquid so mann gegen comment drauf oder sowas in die richtung keine ahnung ich darf dann aber kein ich höre dir lieber zu als selbst was zu erzählen auch sie sind noch minute 18 gehen wir mal auf zufällig geführte kamera weil die kameraführung ist bei mir nicht gut line hat ein blink aber ok wollen wir noch rumspielen können wir auch ok gut dann kein liquid ne moment ich muss da auch mal raus gehen genau ich habe noch keine ahnung wer der ist ach so aus den ah ich muss über über steam das annehmen steam eine einladung annehmen alter was hat der denn für einen namen ey voll übertrieben nehm ich überhaupt aus ah schick mir eigentlich egal ok mit rangliste eigentlich anders markiert nehm steht nur rangliste dabei hm mal gucken wie der überhaupt im ts heißt weil das russische kann ich ja lego katze alles klar lego katze auch ein interessanter name interessanter name naja st so und als akt standard mäßig noch nach der bewertung 20 sie 6 niederlagen das ist doch mal echt krass 9 Spiele, 8 Siege, 1 Niederlage, 14 Spiele, 10 Siege, 4 Niederlagen, 15 zu 8, 37 zu 35, ja, 47 zu 35, 12 zu 7, 16 zu, ja gut, das ist ein bisschen mehr, 44 zu 36, ist auch nicht schlecht, 8 dazwischen, 11, 13, 10, gut, hier unten geht's, dann eben in die, 1, 1, 10, 10, 10, 10, 26, 27, ach du shit, Luna war ich, Luna verliere ich oft, oder habe ich oft verloren, wollen wir mal sehen, was war das für eine Stimme, okay, 4 Niederlagen, 5 Siege, alles klar, so kann's gehen, ähm, Mama, was spielst du nochmal, ähm, mei, muss ich den sofort spielen, hm, ja, muss dich früher entscheiden, dann kannst du auch was anderes spielen, ja, manchmal, 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 aber hier, ist ja, just God, okay, today, spannend, wir sind jetzt alle, Wächter, oh, ein Herold, Mann, diese Leute nerven vielleicht, immer annehmen und dann ins Spiel kommen, ja, so, wie können wir denn, Lifestealerwehr, hervorgehoben, Magnus, Beastmaster, oh God, Beastmaster, aber ich meine, ganz fiesen Klinks spiele, ich wäre fast dafür, ich wäre fast dafür, wenn ich den Klinks als Roam spiele, Klinks als Roam, das wäre was, so, Bannen, alles Wächter, ein Herold und nicht kalibriert, okay, Klinks, klingt doch schon mal moderat, so, Klinks, ey, ich muss kein Sport spielen, ja, aber, wieder gibt's welche, die machen's freiwillig, aber selten, so, ist die Frage, ich würde dann auf die Offlane gehen als Klinks, und am besten gerade nochmal aufs Klo, ich hab so viel getrunken, und am besten, ja, Ihr turn to pick, use it wisely, 10 seconds, pick someone, oh, wooo, wooo, um, 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 das zu erfahren, in der Key Puh Jetzt haben wir diesmal sogar zwei Supports Das ist ja schon Luxus Das ist ja Äh Jo genau Triple Top Damit ich einen scheiß Zeit habe oder was Aber ob X Moment Ist X überhaupt ein Counter Na dann Sag mal ist X überhaupt ein Counter zu PA Kommt mir so komisch vor wegen dem hohen Damage Output Das Irgendwie kommt mir das komisch vor Ein Roofmage ist ein guter Counter Und wir haben ja selber Sky Roofmage Sky Roofmage Sky Roofmage ist ein Counter gegen alles Mit dem seinem hohen Damage Output Aber ich meine jetzt X gegen PA Die hat ja so einen hohen Damage Output So oft kann er sich ja gar nicht drehen Dass sie umkippt Später eben Ja Dann vielleicht aber Geht's up Geht's up Oma Witzig Ok Okay, you can push Tupper fast. Okay. Yes. So. Fuck it. Mit CH. God. Was ein Geschreibsel, ey. Kein Problem mit. Oh, shit. Shit, 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 shit. Huhuhuhu. Und ich hab'n Problem. Ja, bisschen. Oh, ich will nicht gegen... Hä, das kann sein, warte, hä? Ja. Ah, shit. Something bad is happening to your top tower. Yes. Dang it. Aw, ha. Ha, hörh, hörh, hörh. offense. Oh wow Haha Na Ich brauche erst meine Boots. Da führt kein Weg dran vorbei, dass ich erst meine Boots bekomme. Ah, schade. Kein Deny. Hätte mich gefreut. Das ist so nervig. Ich hasse das. Dang. Gut. Nein. Ah, shit. Bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Ich verpasse noch ein paar Last Hits. Weiß nicht, ob wir da noch... Haben wir da noch was? Shit. Was ist das? Spanisch? Was soll ich schon sagen hier? Oh. Sven fehlt ein bisschen. Ah, gegen Sniper Last Hits uns zu tauschen ist echt... ...ein Problem. Last Hits gegen Sniper. Da musst du mit Damage gegenhalten. Dang. Mal richtig, dass ich stehen bekommen habe. Ja, der war bei mir. Aber bei mir fehlt jetzt komplett die Gegenwehr. Ja, ja, dies. Die tut alle von mir. Nee, Sven ist wieder da. Hm, na? Ja, ich gewinne den Kram. Gerade. Doch nicht. Und der hat die... Sohne, was? Ah, sohne. Okay. Ah. Dang. Ah, der hat eine Regeneration ohne Apfel. Oh, die mit. Gegen Husker. Habe ich auch selten gesehen. Ah, dang it. Jetzt habe ich natürlich nichts, was ich machen könnte. Ich könnte versuchen, den Last Hit zu klauen, aber das wäre nochmal... Der hat weder Liquid Fire noch sonst irgendwas gehabt. Ich meine, ich bin auch nicht gerade wirklich gut ausgestattet, also von daher. Sven und Sniper bauen wir hier noch rum. Ich sehe sie gerade nicht, aber... Ja, aber ich komme mal hoch, dann könnte man uns nicht spenden, wenn man schüttelt. Ah. Ja, kann ich. Okay. Okay. muss ich eben gucken Sniper, da muss ich mit meiner Clarity aufpassen Oh shit Lieber zweimal Mana regen Bisschen hätte ich noch Bisschen hätte ich noch Gut, er hatte keinen Stormhammer mehr gehabt Komm schon Ich hole mal die andere Wunderbar, wunderbar Jetzt bräuchte ich nur mehr Mana Okay, da ist einmal OD kaputt gegangen Mist Ich hätte vielleicht vorher was War nicht Meine Guck mal nochmal, dass wir ein paar Last Hits bekommen Dass wir hier aus dem Loch raus sind Sonst Jetzt kann ich das hier langsam vergessen Haben wir einen Katapult Oh, schade Kein Katapult dabei diesmal Der Sniper ist weg Ja Ja, ich hab gerade ein bisschen Okay Das ist gut Ist er wieder hier Woa, 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 woa Oh, das war knapp Okay 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 Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Okay. Gibt es halt so Leute? Ähm. Shit, 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 shit. Nein! Und Sven stirbt. Na. Okay. Okay. Uff. Hm. Mein Gott, wenn ich mal hier... Wenn ich mal genug Mana hätte... Mir fehlt alles so viel Mana, das ist unglaublich. Hast du das Ding auf? Oder wie der heißt? Warte. Nee, der Ring... Ich bin... Ich geh erst auf den Orchid, der bringt mir genug, aber bis ich den hab, hab ich erst mal wenig. Hm hm. Musst du mit dem Tag? Oh ja. Mh. 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 Ich kann so viel. Oh Gott. 3,9 Regen und es reicht nicht. Es reicht beim besten Willen nicht. Ah. Ich bin. Ich gehe jetzt mal die PA töten. Achso, du bist schon da. Ja. Hm. Hm. Fight us for war. Yes. Oh, so dringend Mana Regen Mein Orchid Ich hab's so Ich weiß nicht, irgendwie Einfach doof gelaufen ist Komm, 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 komm Oh, Mana Drain So, werden wir nochmal sehen Schade Das ist sehr nett Das ist doch sehr nett Oh oh Es sind so viele hier Und ich hab nichts, was ich machen könnte Außer den Turm vielleicht ein bisschen angreifen Oh, shit Nein, ach, ist falsch Blink Der hatte einen Blink Und hat einen nicht Shit Ah Haha Mein Fehler Ohne Orchid kann ich nichts machen Ganz simpel Ohne Orchid Läuft da Nichts Die Zeit Die ist viel zu gering Mein Leben erst Ey Tranquil Boots wären da viel interessanter Muss ich zugeben Läuft Däuft A Wenn ich den Orchid erst mal habe, wenn dann bei meiner 6 Mana Regen bin. Wollen wir doch mal sehen, ob wir hier was finden. So, der Orchid, der muss unbedingt sein. Dann können wir über alles andere reden. 190, dann bin ich schon bei 200. Dann die Pfeile noch. Das ist cool, dass ich lauter Kleine hier habe. Fehlt Mana. Mir fehlt Mana. Ganz eindeutig fehlt mir Mana. Okay, 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 okay. Ich habe immer noch nicht genug Mana. Für nichts und wieder nicht habe ich genug Mana. So. Orchid ist ready, falls einer kommen sollte. Oh. Regeneration. Hm. Yes. Aber ich habe immer noch nicht genug Mana. Das ist ein bisschen ärgerlich. Strange as an Addo. Wenn ich denn jetzt den Bloodthorne habe, dann ist für die alles zu spät. Wenn ich auftauche. Aber dafür müsste ich erst mal irgendwo auftauchen. Dang it. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Nein, 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 nein. Dang it. Blöd, dass wir da keinen Ward haben. Sonst hätten wir das gesehen. Da bringt die zwei Supports auch nicht viel. Naja, wenn sie die nicht hinstellen. Wir haben so viel mehr Kram als ich. Das ist echt ärgerlich, aber ich müsste echt mal ein bisschen... Wenn ich OD allein erwische... Bin ich vermutlich immer noch nicht gut genug. Genau, jetzt vielleicht. Jetzt OD erwischen. Na. Shit. Ups. 10 Sekunden, 14 Sekunden muss ich vor allem weglaufen. Ähm, noch mal hier lang, weil dann komme ich dir entgegen würde. Yes. Wo ist er? Das gibt's nicht. Wo ist der Kerl hin? So ein Mist. Mist, Mist, Mist. Shit getimed und mein Mana ist ziemlich am Ende. Hätte ich noch mal den Bloodthorne. Hätte ich noch mal den Bloodthorne. Das ist so ärgerlich. Ich bräuchte mal irgendwelche Gegner, die ich erledigen kann. Ein bisschen Crit würde ja schon helfen. Sniper. Ja. Er hat keinen Escape. Irgendwer da zum unterstützen? Oh shit. Irgendwer da zum unterstützen? Oh shit. PA, Sniper. Oh, 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 oh. Dammte Axt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Da sind sie. Bisschen Double Damage habe ich noch. Dammte Axt. Dammte Axt. Im Ernst jetzt? Ah, der hat aber keinen Call. Late Mail. Your bottom tower is under attack. Ahahaha. Der war nicht schlecht. Hier am Desk. Okay. Done. Bis zum Bloodthorne kann ich noch nicht so viel machen. Nicht mit meinem Bild. My bones ache for vengeance. Yes. Your health is under attack. So, komm schon. Dire Structures are fortified. Oh shit. Okay. Okay. Das hilft. Okay. Ich geh Double Damage und Ich hab auch ein Orchid Shit Nope Shit 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 Oh Dang it Puh Das war knapp Das war knapp Verdammte Axt Das war knapp Komm schon Okay 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 Bloodthorn Komm schon Viel ist es nicht mehr Wie ist es? 100 91 Yes Jetzt wird es interessant Wenn ich dann noch meine Lands hab Oh Oh Double Okay Naja Ich weiß nicht Wer Wenn einer nach hinten abtaucht Oh ja So Jetzt kann es losgehen Audi Alleine Ausgeschaltet Orchid Ah Dang it Ah Ach na also Machen wir doch mal sehen Ich hab ein bisschen Wenig Mana Nur noch ein bisschen Wenig Mana Okay Okay Sie haben nix da Ich weiß nicht Ich glaub Ich geh einfach mal Hier rüber Und schnapp mir dann einen hier Nein Weiß nicht Machen wir mal die hier Mehr Damage. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr Damage. Mehr Geschwindigkeit mehr Leben. Und ein bisschen mehr Wumms. Ähm. So. Kommen sie jetzt hier zur Verstärkung. Dang it. Eigentlich will ich irgendwen aufgreifen. Aber irgendwie. Sniper? PA? Keiner da. Wo sind die dann? Die können sich doch nicht die ganze Zeit... Ah, schön. Es ist Tag. Und ich hab sie. Wir haben jetzt drei von ihnen. Nee. Lebensregeneration. Nee. Dang it. Sie waren zu dritt da. Warum auch immer OD nicht gestorben ist bei der Nummer. Ich hab hier noch dreimal gestorben. Das ist interessant. Junge, Junge, Junge. Wenn ich... Das sind 25 Sekunden. Dann kann ich hier Pläne schon vergessen. Kann ich bei 5 Sekunden anfangen. Pläne zu machen. Obwohl es Bord ganz gut aussieht. Was... Was mein... Was den Angriff angeht. Aber... Ich dann auch wieder, ne? Wenn ich einen von denen alleine erwischen könnte. Wenn ich einen allein erwischen könnte. Könnte. Wirklich mal alleine. Dann hätte ich kein Problem, den umzunäten. Oh. Oh, shit. Okay. Oh. Ich hab ihn noch ge... Okay. Ah, der Bloodthorn. Okay. Okay. Bloodthorn-Tig hat ihn erledigt. Ja, ja. Ist schon gut. Ich... Wird allerdings gerne pushen. Komm, trau dich raus. Trau dich raus, du blöde. Die wollen gar nicht rauskommen. Ich hole mir Sven. Komm schon. Wo ist er? Ah, mir fehlt so ein bisschen was. Ich habe Fertil. Ich habe Fertil. Undo? Ich habe Fertil. Prends euch die Welt. Woops. Woops. Ah. Ah, ha, 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 ha. oh hey ist auch noch dazu die interessant werden so jetzt habe ich genug und wenn die sich jetzt mal raustrauen anscheinend haben sie uns erwischt ok wenn ich nur mal die müssen nur mal aus ihrer blöden Base rauskommen die sind weg das ist ein Sniper müssen wir aufpassen ouch damit habe ich nicht gerechnet komm wir zu den Tower dann können wir die Schreine kaputt machen hey Fortschritt ich meine was sind wir jetzt 10 Minuten um die Base rum gerannt oder Skye hat sich halb selbst umgebracht ja tot nope alles weg die blinken dem hinterher aber sie verfolgen ihn also wenn ich erstmal auf 25 bin Doppelfeile und dann und dann gehen wir jetzt ab wenigstens kann ich jetzt schon mal schneller angreifen ich gehe Schreine kaputt machen alles klar wäre vielleicht gar nicht die schlechteste Idee mal gucken oh die oh die oh die oh die aha wunderbar jetzt kann ich noch ein paar schöne Käse rauskloppen sobald einer einzeln vor mir steht ist er weg das ist total witzig überhaupt keine Aufgabe mehr ich muss ein bisschen aufpassen ich hasse es gar nicht mich ich will da nicht hin die haben da oben auch im Ward stehen sonst hätte er dich nicht getroffen sollen wir mal wo Schaden reingehen eigentlich der ist Gold warum ist der Gold meine Schuld kannst du dem seine Linkins brechen ähm äh ja ja der Orchid ist schon geil aber Bloodthorn jetzt habe ich natürlich nur die Hälfte der Küsse wieder gesagt dann suche ich mal wieder einen Opfer Sniper Sniper wäre am besten ja ja guck der ist gerade draußen Kurier wo haben wir sie denn komm gib mir einen gib mir einen ich will nicht eine halbe Ewigkeit lang farmen was soll er mal für sich ist mir wurscht ähm ich meine einmal kann ich sterben diese range ist so abartig hatte ich ja auch noch die range genommen so abartig so bald habe ich meinen moon shard wenn die nicht mal zu zweit da stehen würden okay die haben wards das sieht nicht gut aus jetzt gehen natürlich alle rein und sterben total sinnlos gib mir fünf sekunden mit den scheiß barracks und die sind weg okay dang it komm einer müsste da rauskommen Einer müsste rauskommen. Oder auch nicht und... Ach, denke ich, es ist er da. Schade. Who cares? Dann farm ich eben. Oh. So, Audi, mein Freund. Ich nehme mal an, der ist hier oben und farmt. Shit, man. Ich habe den falschen... Ich habe echt den Creep noch gemacht. Yes. Okay. Nicht gut. Sniper hat wohl einen Shadowblade. Was mich blöderweise auffällt. Ja, der ist abgehauen. Komm schon. Ich wäre ready. Ist die Backdoor draus? Ich weiß es nicht. Sniper. Hm. Ah, rette mich mal einer. Shit. Shit, 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 shit. Hat er ein Heart? Armlet? Okay. Jetzt würde ich laufen. Und dann... Ja, war zu spät. Wir sind lieber noch... Doppel kill! Hm, 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 hm. So ärgerlich. Geh genau. Naja, machen wir ein Farmgame draus und alles gut, hol ich mir noch Moonshards und dann... Oh, ist keiner da, Keeper. Dein perfektes Opfer. Ja, ich weiß. Ich hab halt noch 40 auf der Bank. Ah, dang it. Irgendein, sobald ich irgendeinen weg hab, sobald da irgendeiner nicht mehr auf Position ist, will ich mir auch die schnappen. Unsichtbar. Richtung Sniper. Ich will das nicht verlieren. Ich will auch die kaputt machen. Ich will auch die... Oh, die ist hinüber. Wenn ich ihn erwische. Haha... Who did this? Yes! Blooddaunt hit müsste ihn eigentlich umbringen. Straight! Ja. What the fuck?! Mann, warum stand der dahinter? Hätte ich ein Stück näher bei ihm gestanden. Ein Stück, nur ein Stück näher. Fuck. Warum auch immer ich den blockiert habe? Warum ist der blockiert? Hat der mich schon mal in einem Spiel genervt? Ah, ich bin immer noch eine Minute raus. Ich könnte kotzen. Gott, Gott, Gott. Gott, Gott. Hey, witzgeil. Ob ich durch die Backdoor durchkomme? 400 Damage Backdoor? Wenn ich nur... X-MamG's? Ah. 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 Ah, verdammt. Furchtbar schlechtes Timing. Aber eigentlich... Skyrath Mage... Er attackiert ja nur welche in Vision. Deswegen... Dürfte eigentlich alles gut sein. Ich hoffe halt, dass mich jetzt hier keiner erwischt. Wäre nochmal echt ein bisschen ärgerlich. Wenn ich jetzt sicher sein könnte, dass keiner an den Racks ist. Ah, ich sehe halt nur drei von denen. Vier. Nope. Sniper ist... Kommt zu mir. Sniper kommt zu mir. Das ist nicht gut. Das haben sie auch noch. Fortification. Nein. Sagt mir bitte, dass Sniper nicht hier ist. Sniper ist nicht da. Sniper ist nicht da. Furchtbar ist nicht da. Furchtbar ist nicht da. Tanken zu oben! Ich bin hierfür nicht in Sniper. Nein! Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Das stimmt nicht. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Die Tôi versetigte. Ich brauche Mana, verdammte Axt. Wenn ich jetzt noch Geld hätte, weißte. Ich bin zu oft gestorben. Du bist Husker, du stirbst um zu gewinnen. Ach mann. Daaaang. 666 an Erfahrung. Ach verflucht. Ich bin jetzt auch erstmal weg. Alles klar. Tschüss. 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 Oh mann. Dass keiner von denen ein Divine hatte. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen ein Divine mir reinzuschaufeln. Und damit dann. Hm. 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 Das wäre echt übel. Und dann erwischt mich ich Sniper einmal und ich bin tot. Guna Motor. Naja. Lief doch ganz gut. Was haben wir denn? Au. Gleich spielt. Naja. Nicht gleich. Aber ich esse jetzt was. Ich gucke jetzt noch Liquid. Dann gucke ich Secret. Und danach spiele ich wieder. Dann habe ich einen Termin. Und dann spiele ich wieder. Bingo. Wird ein geiler Tag. Also. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschau.